Wir leben längst schon in einer Kultur, in der man sich gewissermaßen definiert über die eigenen Krankheiten. Und das funktioniert gerade bei Zivilisationskrankheiten sehr, sehr gut. Insofern glaube ich nicht, dass es hier um eine Art Coming-out kommt von Leuten, die bisher sich nicht getraut haben, über ihre Leiden zu sprechen, sondern man spürt. Ich will nicht geradezu sagen, es ist schick, aber es ist auf jeden Fall zeitgemäß, es passt in die Zeit, diese Symptome zu zeigen. Und insofern habe ich das verglichen mit der Midlife-Crisis, von der aber mittlerweile, denke ich, kein Mensch mehr spricht. Man weiß, das war ein Phantasma, ein Phantom, ein Marketing-Effekt. Viele haben daran verdient, vor allen Dingen Leute, die Bücher geschrieben haben. Heute redet zu Recht kein Mensch mehr darüber.